Sores, da du es immer noch nicht verstehst, beziehungsweise schätzungsweise einfach nur ein bisschen zu minderbemittelt bist, um zuzuhören, werde ich es dir jetzt noch einmal erklären. Ich habe dieses Video vor anderthalb Monaten oder so aufgenommen, gecuttet und oft privat hochgeladen. Habe ich auch einen Screenshot von. Dann habe ich das vor anderthalb, äh, vor einer Woche oder anderthalb mit Tim zusammen geschaut, also habe es auf nicht gelistet gestellt, den Link kopiert und dann habe ich es zusammen auf Watch Together geschaut. Da hat er mir gesagt, dass es es schon mal gehabt, aber er hat mir gesagt, dass ich es hochladen soll, weil es sick ist. Ich habe mir gedacht, ich saß da stunden dran im Schneideprogramm, ja, Schneideprogramm, das Wort, was du nur pflichtig kennst. Ähm, und habe daran geschnitten, gearbeitet, ja, das, was auch, das, was du auch nur pflichtig kennst. So, und als ich es dann released habe, anderthalb Monate später, nachdem ich, äh, als ich es hochgeladen habe, da wusste ich dann schon, dass es es schon mal gab. Aber ich wollte halt einfach, dass ich, äh, mir war es halt einfach zu dumm, stundenlang zu schneiden, dafür, dass ich es dann, dass es dann niemand sieht, dass ich es dann offlasse. So, ich hoffe, du hast diesmal besser zugehört als beim letzten Mal, weil dein Kommentar sagt mir, dass, äh, du nichts gut zu tun kannst. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschö. Tschö. Tschö.